Wo kommt eigentlich diese Gluthitze her hier in Deutschland? Die muss doch irgendjemand eingeschleppt haben. Historisch gehört das meines Wissens nicht zu Deutschland, dass es hier so warm ist. Ja, ahnen wir schon, wo das herkommt. Ja, das kommt halt, wenn man jeden unkontrolliert reinlegt. So, noch verwegener werden meine Aussagen gleich nach dem Intro, wenn es nämlich um harte Tech-Themen und tolle Zuschauer-Kommentare geht. Das ist Berlin, das ist Gigatec. Ich bin aber hier Tech-Täglich vom 25.07. Also ich werde Ihnen herzlich jetzt genüsslich dahingestellt und isst ein Eis, um mir zu zeigen, was man mit seiner Zeit hier auch sinnvoller anfangen könnte. Nein, der Tech-Täglich ist das Sinnvollste, was ich tue. Oh, ich sehe gerade in der Bildergalerie, Sebastian war hier Momo, der Grusel-Account Momo. Hatte ich fast das Thema ausgesucht, habe ich dann aber wieder rausgeschmissen, weil es mir zu bunt, möchte ich sagen. Vielleicht nehme ich es gleich wieder mit rein. Geht mega ab, ja, dann nehme ich es gleich noch mit rein. Momo. Gleich erfahrt ihr was über Momo, den Grusel-WhatsApp-Account Momo. Wir fangen aber an im Android-Restort. Und zwar hat der Peter das Samsung Galaxy A6 Plus getestet. Das ist dieses Mittelklasse-Gerät von Samsung, das ein paar Premium-Features aber hat. Und Peter hat sich das mal angeguckt, was kann das eigentlich? Und kommt zu einem gemischten Urteil. Also grundsätzlich ist das Gerät nicht schlecht, es kriegt auch 73%. Das große Problem ist, und das kennen wir so ein bisschen von Samsung in der Mittelklasse, ist, im Anbetracht dessen, was es an chinesischen Smartphones, also OnePlus zum Beispiel, in dieser Preisklasse gibt, bietet das Gerät nicht genug. Kostet 369 Euro und das ist ein bisschen zu teuer, weil man für den gleichen Preis technisch bessere Geräte von chinesischen Herstellern bekommt. Und konkret gefallen hat Peter das schöne Design, das gute Super-AMOLED-Display, Dual-SIM-Funktion, LED-Blitz an der Front für Nacht-Selfies und eine lange Akkulaufzeit nicht so gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, die Dual-Kamera rückseitig ist wohl nicht so geil, ist nicht wasserdicht das Gerät und Performance rockt auch nicht so. Also Peter empfiehlt es im Moment wirklich nur Samsung-Liebhabern, die sagen, nein, ich will nur 370 Euro ausgeben, aber auch kein anderes Gerät als eins von Samsung. Ansonsten empfiehlt er ein bisschen abzuwarten, weil die Samsung-Geräte erfahrungsgemäß relativ schnell im Preis fallen. Den ganzen Testbericht könnt ihr unter giga.de slash android lesen. Ich gucke gerade mal hier in die Kommentare der Live-Zuschauer. Yeah, Andreas, endlich live dabei, ja freue ich mich, willkommen. Damn, 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 sagt Mettushan und Christoph Drexler sagt Hallo, Hi. So, wir schauen weiter, wir bleiben im Android-Design und kommen zu einem Thema, das wir neulich schon mal hatten, und zwar der Bug in der YouTube-App. In der aktuellen Version, über den man nicht mehr durch Tippen auf der Zeitleiste Spulen nicht springen kann. Man kann jetzt im Moment nur noch springen über Tipp in den rechten oder linken Bereich des Videos, dann gibt es halt 10 Sekunden vor oder zurück. Oder man muss den Bubble auf der Zeitleiste halten und ziehen. Und wir waren nicht sicher, ist das ein Feature oder der Wegfall eines Features oder ist das ein Bug? Und jetzt hat YouTube sich geäußert auf Twitter und hat gesagt, es ist ihnen bekannt, es ist ein Fehler, sie arbeiten dran und bis dahin soll man einfach ziehen. Okay, aber das Gute ist zumindest, wir wissen jetzt, es ist ein Bug und YouTube weiß Bescheid und wird das hoffentlich dann in einer der nächsten Versionen beheben. Das beruhigt mich sehr, ihr könnt den Tweet und das komplette Update dementsprechend in Artikel unter giga.de slash Android lesen. Und auch ein Thema, das uns die letzten Tage schon beschäftigt hat, ist das inzwischen fast schon sagenumwobene Sony Xperia XZ 3. Ihr erinnert euch, wir hatten Anfang der Woche, oder in der letzten Woche, Anfang der Woche, Montag war es, ne? Ein Artikel, da ist über einen Case-Hersteller, vermeintlich ein Render geleakt, dann stellte sich am nächsten Tag heraus, könnte auch einfach nur ein XZ 2 Premium gewesen sein. Wir waren bis zum Schluss nicht sicher und jetzt gibt es einen neuen Leak von CAD-Aufnahmen, dieses XZ 3. Und das sieht jetzt wieder anders aus. Das hat nämlich nur eine Kamera auf der Rückseite, was plausibel wäre, weil Sony ja den Sensor in dem kommenden XZ 3 verbessern will. Insofern könnte man vielleicht auf die zweite Kamera verzichten und sagt, die eine ist so geil, da brauchen wir keine zweite mehr. Was weiterhin irritierend ist, oder wir nicht verstehen, ist der Fingerabdruckscanner. Und das war das eigentliche, was wir angeprangert haben, am ersten Leak vom vielleicht dann doch XZ 2 Premium. Der ist sehr tief und der ist jetzt hier auch sehr tief, also mittig im Gerät fast. Das heißt, wenn man das hält, müsste man irgendwie so mit dem Finger so runtergehen. Das ist weiterhin seltsam. Aber zumindest, wenn dieses Video halbwegs valide ist, kriegen wir jetzt einen relativ kompletten Blick auf das Gerät. Könnt ihr euch in der Giga.de slash Android durchlesen. Was ihr nicht seht, Monika steht da jetzt gerade. Die kam gerade aus der Redaktionskonferenz und macht hier Erinnerungsfotos oder Videos, wie ich den Tag täglich moderiere. Weil normalerweise sitzt Monika hier und es findet alles in ihrem Rücken statt. Und jetzt kann sie sich das mal von außen angucken. Wir schauen mal. Ja, Monika macht jetzt vielleicht auch. Geht mal alle auf Monikas Facebook-Profil, ob sie einen Livestream gerade macht. So, dann gibt es hier eine rege Diskussion oder einen rege Monolog vielmehr von Andreas. Ich habe mit mehr Versprecher gerechnet. Ne, tatsächlich. Oh, Andreas, grüß dich hier. Monika schreibt er. Monika. Nein, ich verspreche mich selten im Tag täglich eigentlich, Andreas. So, jetzt kommt Frank zu allem Übel und zu allem Überfluss. Wir schauen noch ins Apple-Ressort. Da gibt es gute Nachrichten für Fans von Farbe und iPhones. Und zwar ist es ja so, seit dem Apple iPhone 5C... Oh, war die Verbindung hier kurz wieder weg. Seit dem iPhone 5C gab es eigentlich kein buntes iPhone mehr. Eher gedeckte Farben, die die iPhones haben. Ja, rot als Ausnahme, weil grundsätzlich eher gedeckte Farben. Also nicht so schrill wie beim 5C, dass er so ein bisschen Fischer-Pricy, möchte ich fast sagen, war. Ja, dafür gibt es aber auch Hüllen und Skins und so weiter. Ja, Frank, also wieder kommt er nur her, um hier rumzunüllen. Ich bin halt Deutscher. Jetzt, du hast meine Abwitz am Anfang. Ich habe gesagt, dass die Temperaturen, die hier gerade herrschen, die musst du irgendjemand eingeschleppt haben. Das ist historisch, das gehört ja nicht zu Deutschland. Jetzt gibt es Meldungen, dass das iPhone 9 in ganz tollen Farben erscheinen könnte. Und zwar weiß, schwarz, flash yellow, frei übersetzt blitzgelb. Bright orange, frei übersetzt helles Orange oder blendendes Orange sogar. Electric Blue, gab mal so eine Soft-Porno-Serie in den 80ern, die hieß Electric Blue. Semrin lacht, der kennt das auch. Also elektro-blau und meine Lieblingsfarbe Taupee. Damit könnt ihr eure Lebensgefährtinnen beeindrucken, wenn ihr sagt, lasst uns die Wand doch in Taupee streichen. Taupee ist, was? Taube heißt das. Sieht ihr, er sagt nicht Taupee, er sagt Taube, bitte. Taub? Taupe? Können wir uns einigen, wie heißt das? Taube. Also T-A-U-P-E geschrieben. Genau, das ist ein dunkles Grau mit einem leichten Farbstich ins Braune. Also beige. So wird es hier beschrieben. Beige. So, auf jeden Fall, in diesen Farben soll das, soll das, nein, viel dunkler als Beige. Nein, Taube eben. Taube. Ich gebe mal ganz kurz Taube bei Google ein. Taube. 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 Guck mal, Frank, jemand hat bei Facebook geschrieben, du seist der Beste. Dem ist auch zu warm. Taube. Danke, Thomas, ich weiß, das zu schätzen. Taube. Ja, guck hier, so ist Taube. Jetzt habe ich eine graue, dunkle Farbe mit einem Farbstich ins Braune. Hat er wieder jemand bei Wikipedia abgeschnitten. Ein toter Maulwurf zu sehen. Ja, das ist ja, Taube ist eine Farbe und ein toter Maulwurf. Okay. Die Mauve? Die Mauve? Was ist Mauve? Ach, Mauve, ja, okay. Gut, kleine Farbkunde hier bei Giga. Frank sieht im Livestream besser aus wie im abgedrehten Video. Gruß. Nein. So, jetzt wollte ich noch kurz was zu Momo sagen. Und zwar gibt es doch Giga auch einen Artikel, der erklärt das Internet- oder WhatsApp-Phänomen Momo. Momo ist ein gruselig anmutender WhatsApp-Kontakt. Also so ein Bild wie aus so einem japanischen Horrorfilm. Und der Kontakt meldet sich bei euch und er schickt euch gruselige Nachrichten. Ist aber alles ein Fake. Ist nicht wirklich, also ist kein wirklicher Dämon. Und dafür brauchst du eine Videokassette. Ihr solltet trotzdem nicht antworten wegen hier krimineller Energien und so. Mal besser nicht machen. So, könnt ihr euch aber auf Giga.de, ist gleich auf der Startzeit, einfach auf Giga.de gehen und seht ihr gleich dieses gruselige Gesicht. So, wir schauen in die Zuschauer-Kommentare. Ne, das war nur meine Übersicht hier, der Zuschauer-Kommentare. Doch, einer hat gesagt, wir sollen uns einen neuen Tisch kaufen. Ne, ich mag den Tisch. Geil ist der jetzt nicht, aber... Ne, er wackelt aber auch nicht. ...bequem. Wir waren ja vorhin Currywurst essen, der Tisch hat gewackelt. Dann, ganz tolle Feststellung, die der Dessel gemacht hat, musste ich mir erst auch angucken. Und zwar fragt er, ob Franz, damit meint er Frank, ob Frank gestern im Tech-Täglich bei 8 Minuten 35 irgendwie kurzen System-Neustart hatte. Geht mal bitte in den gestrigen Tech-Täglich und geht zu Minute 8.35. Das ist krass beeindruckend. Willst du mal sehen, Frank? Ja, bitte. Ich zeig's jetzt Frank auch mal. Wir sind nicht mehr sicher. Bitte mal nur auf Franks Gesicht ausgucken. Frank bootet einfach mal neu bei 8.35. Ja, ist die Hitze. Da muss ich jetzt noch ein bisschen Check-Disk durchlaufen lassen. Das war die Hitze. Jetzt gab's irgendwie ein Check-Some-Error. Check-Some-Error. Also, das könnt ihr euch zum Amüsement könnt ihr euch das in Guessing-Täglich bei 8 Minuten 35 angucken. Dann war die Frage, wie viele weibliche Zuschauerinnen hat der Tag-Täglich einfach, die sollen sich alle melden. Ich hab mal exemplarisch ausgesucht. Nikita79MT... Ist mal mehrere, oder? Das haben sich jetzt 4-5 gemeldet. Nikita79MT sagt, ich bin eine der Damen, die mit ihrem Partner jeden Tag täglich schaut. Danke, Nikita. Das freut mich sehr. Grüße an den Partner. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob ihr Partner sie dazu zwingt. Das, da kommen wir gleich auch noch zu. HybridNebo sagt, meine Freundin fragt, ob sie sich melden soll, wenn sie quasi gezwungen wird, den Tag-Täglich zu schauen. Ja, soll sie. Ich nehme das hiermit als Meldung. Gab noch ein paar andere, lese ich jetzt nicht alle vor. Doch, eine habe ich noch. Die Maribel L. sagt, finde euch immer noch gut und sehe und höre euch auch weiterhin gerne eine weibliche Zuschauerin. PS, was ist aus dem Vorschlag mehr Grün geworden? Wenn wir schon weibliche Zuschauerinnen haben, die sich was wünschen, dann wollen wir dem natürlich auch nachkommen. So, mehr Grün. Ja, hier auch für Instagram. Ja, mehr Grün ist Plastik, aber Grün. Nee, die Frage ist aber, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was müssen wir tun, um einen höheren Anteil weiblicher Zuschauer zu bekommen? Vielleicht einfach mehr männliche Zuschauer vergraulen. Ja. So, dann fragt S.W. Snox. Hey, Amir, kannst du mir vielleicht nochmal sagen, wie diese Aufsätze für In-Ear-Kopfhörer heißen, die dann angeblich in jedes Ohr passen? Stefan, wie heißen die? Comply Foam. Comply Foam. Einfach mal bei... ...Memory Schaum, aber der Marktname wäre, also die Firma, die diese Produkte macht, Comply. C-O-M-P-L-Y. Foam. Comply Foam. Das ist einfach mal googlen. Gibt es bei einem großen Händler mit A? Gibt es bei einem großen Händler mit A? Musikkopf. Authent, nee. Ich weiß ja noch nicht. I, ja. Okay. Dann zum Song, äh, gestrigen Song am Ende. Tobis Lifestyle-Blog hat sehr richtig erkannt. Lass mich raten, Amir kannte den Popsong am Ende nicht. Hat man am Blick gesehen. Ja, kannte ich nicht. Aber kam gut an, weil nämlich... Megasong einfach. Ad Noro, ah, Anspielung auf Adorno, äh, sagt, Frank, dein Musikvorschlag ist super. Books from Boxes ist toll. Also Frank trifft hier den Zahn, zumindest unserer Altersgenossen. Ist für mich auch ein richtiger Sommersong, ne? Also so Maximopark. Phoenix höre ich auch immer gerne im Sommer. Heute machen wir mal Phoenix. Thomas, bei uns ist auch... Guck mal, Marco guckt. Thomas, bei uns sind auch 35 Grad im Büro. Marco guckt. Hallo Marco. Hey. Grüße. Für Marco könnte ich natürlich mal The Cooks wünschen. Grüße nach Kronehit hier. Falls du gerade bei Kronehit bist, grüß mal die ganze Kronehit-Belegschaft. Ist ja unser Schwester-Radiosender, Kronehit. Den wir sehr, sehr... Ja, wir hassen diese Schwester. Sehr ungeliebte Schwester. Stiefschwester. So, und deswegen gibt's jetzt... Oh, Marco schickt uns ein Love-Smiley. Deswegen gibt's jetzt einen Musikwunsch, diesmal von einem Zuschauer. Und zwar der VAO. Hat es so goldig sich gewünscht. Lieber Frank, lieber Amir, ich habe einen Musikwunsch. Bitte am Ende des Tags täglich für meine wunderhübsche Frau Alexa. Spiele Perfect von Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ja, das ist romantisch. Dino 2, 1. Ja, die werden unsases selbst. Das war nicht. Aber wir sehen uns auch WEBs. Lösen kann man sich auf einem Weg. Und ist готов. Und Physics für Mockas durch carahn, auf Dino 3. auf Dino 3. Und die gibt's the regular четыren. Bis zum nächsten Mal.